Mund, oh Mund. Achso. Lass mich neben dich stellen. Perfekt. Sehr schön. Perfektion. Oh, bei mir machst du aber leider nicht das Smug Face. Nee, doch, ich schon. Bei mir machst du es aber auch nicht. Das ist also nicht übergreifend. Might as well clip that. Nee, komm, wir sind fertig mit dem Projekt hier. Weiter geht's. Einfach die übelste Fressmeile am Arsch der Heide. Ja, komm. Oh, wow. Ich finde ihn hier geil. Er wollte. Er hat es versucht. Oh, wow. Ich wusste nicht mal, dass ich eure Farbe ändern kann. Ach du Scheiße. Was bist du denn? Er hat gleich... Alter, der war Riuppi hier. Wow, wow, wow. Oh, shit. Fuck. Du bist jetzt dreimal wegen seinem scheiß Arm gestorben. Sein Arm ist zu viel mit Öl eingeschmiert. Ich kann nicht. Oh, shit. Hier, we glitch again. Nee. Und ja. Und ja. Und ja. That's the biggest I ever do the art. 2. Ja. Fuck. Ich hatte die hier jetzt halt schon. Was hast du die anderen beiden denn gefunden? Ähm, die anderen... Beziehungsweise ich hab sie... Oh, Gott. Ich mach's gerade wieder den Fresslufthammer. Ähm... Ich hab's gerade hartstab. I'm a raccoon, Morty. I'm a furry now, Morty. Why are you not dead? Fuck you. Nö. Oh, I will enjoy this. No, wow. Zu Gott und Saga. Das hatten wir vorhin in dem Match. Auf einmal sind da Axios und hier, ähm, Geratina. Geratina. Oh, fuck. Jetzt wird langsam spät schmierig. Ja, Palkia ist richtig. Alter, was ist das? Alter, er hat den Screen umgekickt. Wie... He fucking kicked the Screen. Nani? Das war Sprite-Cranberry. Mhm, Cranberry. Aha. Dicker shit. Ah, yes. Oh, aber Leute mögen... Mögen das Snore-Fest hier. Geht lieber mal... Geht lieber mal hier hin. Ist der Weg hier geglitscht, oder... Hast du mir Geld eingebracht? Was bringst du mir Geld? Nee, du bringst mir gar nichts. Was, wenn ihr das hier für 50 Cent fahren könntet? Ihr seht, für 50 Cent in die Zukunft. Ich hab das Ding die ganze Zeit nie aufgehabt. Professioneller YouTuber, seit 2009. Guten Tag. Na? Oh. Pfff, ich wollte die eigentlich aufheben. Hände. Pff, ich wollte... Hahahaha. 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 Loll. Hahahaha. Hahahaha. Get rekt. Ein... Wie dick... Ein Dicknier. Und ein Wigzi. Alter. Oh, nein. Pingers. Yes. Ich meine, das sieht ja echt kawaii aus, aber oben sieht das einfach nur aus, als wäre der Muckipudu und hat so kleine, starke Arme, so... Naja. Jetzt ist das Ding gleich kaputt. Mhmm. Oh. Haube aus dem Siegel fliehen. Na, langweilig. Oh ja, der ist so gut. Pff. Hahahaha. Was zur Hölle? Pff. Hahahaha. Okay. Hahahaha. Okay, der war mein. Das wusste ich nicht, dass das passiert. I will make this work. Ich sag's dir. Das war schon geil. Oh, ich hasse diese Kackstage. Doggy Kongs fucking Haus kann sich mal sonst wohin bissen. Oh, ich hasse das Wasser. Das ist so eine dumme Mechanic. So wie der da. Mit dem Wasser oder was? Ja. Ich komm damit einfach nicht klar. Du, Donkey Kongs dummes Kackhaus. Was? Hahaha. Hahaha. 61 Stunden später. Und ich hab immer noch nicht genug. Beziehungsweise... Oh, ich kann's jetzt privat spielen. I can't watch all the porn I watch. Hahaha. big oof. Big oof. Big oof. Big oof. Let's go! Ich hab keine Ahnung, wie man Wolf spielt. Ich hab null Ahnung. Ich hab null Ahnung von diesem Fellball. Alter, what? Das ist wirklich komplett... What the fuck? Du hast ein interessanter IT. Wird auch schade, wenn irgendwas mit dem passieren würde. Nicht wahr. Alter, vor allem... Alter, guck dir das Ding an, wie es durchdreht. Aua. Oh, ist das Autsch. Besonders so, je mehr Gas-Bellows hier so rumfliegen, desto schlimmer. Au. Boah. Boah. Aua. Fuck. Alter. Nein! No, no! Okay, du bist nicht tot. Das ist mir so scheißegal. Das ist mir so scheißegal. Ich bring euch alle um. Hey, Leute! Das habt ihr jetzt davon. Ja, das habt ihr jetzt davon. Ihr verkackten, netten, nicht so gut seienden, reißliebenden, offensichtlich nicht europäischen Entitäten. Ja, das fällt mir mal so. Ja. 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 Wie geht das? Wieso werde ich hier immer wieder reingedrückt in den Scheiß? Nö. 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 Aua. Aua. Ha! That's what you get. That's what you get. I will fucking eat you alive. Oh. Du, und das war das letzte Mal, als wir Robokko gesehen haben. Cool! Halt mal kurz. Halt mal kurz. Halt mal kurz. Er ist aufm Halt mal kurz reingefallen. Ah, ich liebe es, wenn Leute auf einen Halt mal kurz reinfallen. Was bist du? Ich mach ein Gundam. Ich mach ein Gundam in meinem Smash-Spiel. Und warum ist sein Gesicht umgedreht? What the fuck? Dragon Lord. Oh, scheiße. He means business. Namus. Ich hab mich an der Edge geschnitten. No items, final destination. Facts only. Du hast es aber auch echt mit diesen Tiny-Face-Charakteren. Du liebst die Charakteren. Facts. Bags only. Bags only for the destination. Come on. Come on. Caillou. Warum? Hier ist er nochmal. Aber der riesige Guy. Hau mit dem Hammer rauf. Beide deine Katze aus. Oh, shit. Caillou with a gun. Caillou, what do you have there? A gun? No! Haltet mal die fucking Pferde an. Weißt du, ich lass das Ending hier laufen. Und da kommt da so ein Gizzard und schmeißt mir 30 Euro in den Kopf. Was ist mit euch kaputt? Alles. Fuck's wrong with you people. Nice. Peace. We sais You're totally here. Peace. Peace aux justiester. We pupils here. Peace. what you were to see here? place. Untertitelung des ZDF für funk, 2017